Ich habe vor kurzem einen irgendwie seltsamen Kommentar unter einem Posting auf Instagram bekommen. Der Kommentar klingt zwar nett, passt aber irgendwie nicht so richtig zu meinem Posting. Und als ich mir dann den Account angeschaut habe, naja, der sieht auch nicht unbedingt natürlich aus. Was steckt also dahinter? Genau das schauen wir uns heute mal genauer an. Warum wird man auf Instagram manchmal auf irgendwelchen komischen Postings von fremden Leuten markiert, kriegt Kommentare von Leuten, die man nicht kennt oder Nachrichten, in denen irgendwelche Links drin sind? Die Antwort ist darauf oftmals ziemlich einfach. Es geht um Werbung. Häufig geht es in diesen Anfragen nämlich darum, dass entweder eine Person auf Instagram entweder mehr Follower, Likes oder einfach Reichweite haben möchte oder es geht darum, Werbung für eine andere Website zu machen. In jedem Fall geht es also um Geld. Denn Influencer können auf Instagram bei Kooperationen mehr Geld verdienen, wenn sie eine größere Reichweite haben. Und natürlich wollen auch die Leute, die euch irgendwelche Links zu schicken, damit Geld verdienen, dass sie euch auf ihre Website locken. Daher gilt auch auf Instagram, einfach mal auf Links von fremden Leuten nicht draufklicken. Also wirklich nie da draufklicken. Wie kommt aber jetzt dieser Kommentar zum Hashtag Lesen auf meinem Profil? Da ist es wahrscheinlich so, dass jemand einen Bot gekauft hat. Und dieser kleine Bot ist dann auf einen bestimmten Hashtag programmiert. In meinem Fall offensichtlich Hashtag Lesen. Der Bot sucht jetzt nach allen Beiträgen mit dem Hashtag Lesen und kommentiert unter jedem Beitrag einen vorher einprogrammierten Kommentar. Mein Kommentar habt ihr ja gesehen, es ist Werbung. Es gibt ganz unterschiedliche Bots, manche suchen zum Beispiel eben nicht nach Hashtags, sondern nehmen sich alle Follower eines bestimmten Accounts vor. Du kannst da also überhaupt nichts dafür, kriegst aber trotzdem Werbenachrichten, Tags oder irgendwelche Kommentare. Das ist nichts anderes als Spam. Wie kann man jetzt mit solchem Spam auf Insta umgehen? Kommentare, die dich auf Instagram nerven, kannst du natürlich einfach löschen. Außerdem kannst du Accounts, die sowas verschicken, ganz einfach auch blockieren. Aber um dafür zu sorgen, dass es ein bisschen weniger Spam auf Instagram gibt, kannst du das Ganze auch als Spam melden. Und das geht so. Bei mir auf dem iPhone geht es folgendermaßen, indem ich den Kommentar so ein bisschen zur Seite schiebe und dann erscheint entweder das Löschen-Symbol oder aber dieses Ausrufezeichen. Und wenn ich da draufklicke, dann gibt es die Möglichkeit, diesen Kommentar melden. Das wähle ich mal aus. Und jetzt gebe ich hier an, es ist Spam. Und schon bedankt sich Instagram bei mir, dass ich das gemeldet habe. Manchmal gibt es ja Accounts, die ganz viele Bilder posten und darauf ganz viele Leute markieren. Denn dann ist natürlich der ganze Account Spam und die kannst du auch melden. Und zwar, indem du auf den Account gehst, dann oben bei mir auf drei Punkte klickst. Und hier gibt es dann auch die Möglichkeit, die Person entweder zu blockieren oder direkt zu melden. Und wenn ich hier melden auswähle, habe ich auch wieder die Möglichkeit zu sagen, es ist Spam. Und dann guckt sich Instagram das genauer an. Und wenn mehrere Leute sowas melden, dann wird so ein Account in der Regel einfach von Instagram entfernt. Wenn du total genervt bist, davon ständig von solchen Spam-Markierungen betroffen zu sein, dann gibt es auch noch eine Einstellung für dich. Und zwar ganz einfach, wenn du in deine Einstellungen reinklickst und dann in den Bereich Privatsphäre gehst. Hier gibt es den Bereich Markierungen und hier kannst du dann eben auswählen, dass sich zum Beispiel niemand markieren darf oder eben nur Personen, denen du auch folgst. Noch einfacher wird das Ganze übrigens, wenn du deinen Account einfach auf Privat stellst und einstellst, dass sich niemand markieren darf. Dann bist du auf jeden Fall vor blöden Kommentaren und auch Markierungen geschützt. Also lass dich nicht von Bot-Kommentaren schikanieren. Stattdessen kannst du ja einfach mal hier den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020